Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Odd Sparks. Wir haben in der letzten Folge einige von den Carry Sparks verteilt. Das sollte jetzt alles ein bisschen schneller laufen. Und wir gehen mal gerade gucken, oben wegen den Choppy Sparks, wie es da gerade aussah. Und anschließend müssen wir nochmal schauen wegen den Rocky Sparks. So, das hier ist der Carry Spark. Der hat auch hier wieder ein bisschen was gemacht. Das ist auch völlig in Ordnung. Na, diesmal lassen wir dich. Noch. Und die hatten hier, ach, die hatten die normalen gefehlt. Die wollte ich auch hier noch mit reinschmeißen. Ich geh nochmal gerade runter. Ich geh nochmal gerade runter. Ich brauche also doch die normalen hier oben. So viele, wie ich kriegen kann am besten. Wie das aussieht. Als würden die das Tier da jagen. Den Vierbeiner Spark. Und der jagt die anderen. Okay, hier liegt wieder ein bisschen die Produktion. Interessant. Und die bringen wieder welche mit. Weil das Ding voll ist. Die sind nicht in der Lage, das alles mitzunehmen. Da kommt einer. Den nehme ich noch schnell mit. So, jetzt ganz schnell triggern hier. Wobei, da kommt keiner. So. Haben wir ein paar für oben. Da müssen wir uns auch mal überlegen, wie wir das sinnvoll verbunden kriegen. Ähm. Von ganz unten bis ganz oben. Das ist halt auch wieder so eine ewig lange Strecke, die wir machen müssen. Und wir müssen es halt wieder sinnvoll aufteilen. Hier, ne? Hatte ich hier? Doch, da. Die haben noch die Schwerter dabei. Okay. Hier wurden noch keiner rausgeholt, ne? Ne. Ist hier keiner mehr? Habe ich da nicht zu viel weggeholt? Dann kommst du halt erstmal da hin. Ja, hier habe ich einen ziemlich langen Weg gemacht, aber ist auch erstmal okay. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich werde die hier jetzt einfach rausschmeißen, weil das eine nachwachsende Ressource ist und dann passt das. Das ist sogar, äh, by the way, auch ganz cool gemacht, dass er das auf denselben Sack schmeißt und nicht ganz viele, wenn du ganz viel rausschmeißt, bis das Spiel irgendwann anfängt zu ruckeln. Hier kriegt nur noch Dünger und hier kriegt Papier. Ach, Papier. Ihr kriegt hier Blätter. So. Gut, äh, Rocky Sparks. Ich glaube, ich nehme die jetzt nochmal gerade alle auf und dann gehen wir mal kurz nach außerhalb, da, wo halt auch diese Giftkorallen und sowas sind. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie weiterkommen und ob wir da irgendwie so einen Schrein finden. Mal schauen. Vielleicht gehe ich auch drauf. Was ist denn das hier? Achso, ich dachte, das gehört zu diesem komischen Ding dazu. Die jagen sogar mich hier. Giftige Korallen. Da dürften meine Sparks auch, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht reinrennen. Okay. Einfach mal ein Stück hier hoch. So viel dazu. Ob ich Leitern bauen muss? Aber die sind doch nur für die Sparks, oder? Wobei, für mich müssen sie eigentlich auch sein, weil wie soll ich sonst irgendwo hochkommen? Theoretisch. Seid ihr eigentlich aggressiv? Ah. Die sehen jetzt nicht aggressiv aus. Die sind vielleicht neugierig? Ja. Ich glaube, die sind nur neugierig. Hier geht's weiter. In eine Sackgasse. Sollen wir mal probieren, den einen nochmal zu holen. Diesmal aber mit zwei Ladungen. Komm, schnell raus, da. Okay, es ist schwer gefährlich. Wie krieg ich das hin? Ah, ich, wenn die, okay, warte mal. Ich probiere es nochmal aus, jetzt einfach. Na gut, das war ein bisschen früh. Wobei, da ist noch Gift. Jetzt. Muss ich da irgendwie aktiv da rausholen? Raus da. Oh, ich hab selber Schaden bekommen. Ich hab aber immer noch fünf. Guck mal, das scheint irgendwie zu klappen. Irgendwie scheint das zu klappen. Der mit seinen fiesen Blähungen. Der hypnotisiert ihn nicht mit unseren, äh, mit seinem Furz. Na, komm raus da. Zauber. Wir haben den ersten. Oh, der hat aber auch ordentlich hier Scheiben am Start. Wie viel brauche ich von den Seen? Sechs. Oh mein Gott, das ist nicht wenig. Ich hoffe, die anderen geben auch vielleicht mal fünf. so. Als Zufallslut. Okay, das geht nicht. Oh Gott, weg hier, weg hier. Ich packe euch mal schnell wieder ein. Dann sollte ich auf jeden Fall 20 Stück davon am Start haben. Dann können wir das aber auch machen. Jetzt, wo ich weiß, dass ich die dann wieder zurückrufen kann. Wenn die einmal betäubt sind, dann brauchen wir nicht so viele Anläufe dafür. Und vielleicht kriegen wir sogar alle dazu, äh, zu überleben. Das wäre ganz nice. Jetzt brauche ich aber noch ein paar Choppi-Choppi-Sparks, die hier vorne waren. Nein, das sind die Carries. Natürlich. Die hier vorne. Ähm, jetzt. Damit lässt sich doch schon mal arbeiten. Ihr habt jetzt alle verwertet? Ihr habt alle verwertet. Okay. Ja, eigentlich müsste ich hier eine hohe Priorität draufsetzen, das zu automatisieren. Aber ich weiß noch nicht, wie. Wie ich das am sinnvollsten mache. Soll ich auch wieder so einen Pfad hin machen? Nach ganz unten? Über die gesamte Strecke? Über die gesamte Map, wollte ich sagen. Was ist das denn? Was ist das denn? Da müssen wir mal gucken gehen. Da ist der Wegpunkt. Ich brauche sowieso ganz viele Choppi-Sparks. Das will auch das Spiel schon. Weißt du das? Nee. Ich dachte nämlich eben schon, dass der das vielleicht ist. Als Hinweis. Aber scheint nicht der Fall. Was ist das denn? Was da so markiert ist? Oder was da so ein so ein komisches so einen komischen Effekt hat. Hä? Ist es weg? Es ist weg. Was ist das? Schmetterlinge. Habt ihr mir was zu sagen? Nun gut. Ja. Wahrscheinlich müssen wir erstmal so einen Weg bauen. Ich meine, das haben wir auch mit einem anderen Fall gemacht. Und damit läuft es eigentlich auch erstmal ganz gut. Wir gehen jetzt mal gerade zurück. Ich muss gucken, wie ich das sinnvoll mache. Da führt glaube ich gerade kein Weg vorbei. Wir haben ja auch nicht die Möglichkeit, dass wir so eine Spark so ein Spark-Schrein bauen. Da hindert uns das Spiel ja ein bisschen. Das ist ja auch okay. Das macht ja dann ein bisschen mehr eine Herausforderung nochmal draus. Dass du mit den gegebenen Mitteln das erreichen musst. Theoretisch könnte ich hier ansetzen. Achso. Äh, nee. Ist richtig. Brauche fünf Bretter. Immerhin. Vor allem sieht das ein bisschen aus wie so ein Finger. Diese Sehne. So, habe ich hier eigentlich... Ja, guck dir das mal an. Wie nice ist das denn? Die haben es wirklich komplett voll gemacht. Ja, wobei. Da kann ich das Ding auch unten lassen. Ich kann damit halt dann noch steuern, ob ich das... Andersrum. Damit kann ich dann halt noch steuern, wenn ich welche will, dass ich dann zwischenzeitlich pausieren will, weil ich das andere... Äh, was anderes dann priorisiere. Aber so lassen wir es jetzt erstmal offen. Das für eine Strecke jetzt, ey. Achso. Das ist cool, die reichen. Bereit für den Kampf. Da ist das Ziel, ne? Ei, 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 ei. Ich brauche auf jeden Fall ein paar von den Läufern noch. Schade. Dann mache ich das direkt hier rüber. Dann kann ich nämlich im Notfall noch mal außen rum. Oh Gott, ey. Ei, ei, ei. Es kann was geben. Oh Gott, der Wald wird gleich nicht mehr stehen. Oh, wir haben ja schon voll viel geschafft. Hey. Automatisch des Beißern. So, äh. Dann gehen wir hier runter. Und folgen. Genau, bis darüber. Wobei ich auch gleich erstmal hier bleibe. Bleibe ich hier oben? Macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich habe gedrückt gehalten. Ey, warte mal. Die können da in die Kiste was reinpacken? Kann man die Kiste nutzen? Ich kann sie nicht entfernen, aber man kann die wohl nutzen. Ich brauche hier auf jeden Fall Caryspans. Das ist ja so eine weite Strecke. Dann werfen sie einmal am See vorbei. Und lassen sie sich nicht hoffen, äh, hoffentlich nicht ablenken mit irgendeinem Badespaß. Zack. Äxel gerade. Ach ja. Ja, eigentlich nur noch geradeaus, ne? Dann haben wir es schon. Oh, verdammt. Ein Block. Zu weit. Und weiter. Und wir haben die Verbindung. So. Das brauche ich auf jeden Fall ganz viele von den Spikes. Ach, Spikes. Von den Sparks. Spikes gibt es nur in Seven Days. Die Sparks. Die waren hier vorne, ne? Ja. Ich mache jetzt einfach mal drei. Was soll's? Ist ja auch viel Strecke jetzt. Da haue ich auch noch mal fünf drauf. Wobei. Nicht hier. Das ist ja die kurze Strecke. Ich will hier noch mal fünf draufhauen. Nun gut. Dann würde ich sagen, schließen wir an. Dann haben wir die Kämpfe am Start. Dann können wir gleich nochmal loslegen. Dann brauchen wir noch ein paar Sehnen. Und dann kriegen wir auf jeden Fall auch wieder ordentlich hier Äther, damit wir weitere von den normalen machen können. Und dann läuft da auch die Produktion wieder ordentlich weiter. Ach, guck mal hier. Haben sie schon ordentlich beladen. Ja, nice. Und ihr braucht halt einfach nur noch gerade Zeugs. Okay, dann komm ab in den Kampf. Ab in den Kampf rein. Ist auch von der Priorität eigentlich besser. Ich glaube, wir werden eher Joppy Sparks brauchen, als die Dingens. Zumindest am Anfang. Bis wir die erstmal haben. Und dann können die Carry Sparks weitergemacht werden, während wir in den Kampf ziehen. Da sind sie. So, hier lautet das Verderben. Und die Kreatur muss sterben. Wo ist sie denn? Da ist doch schon mal einer. Immer schön zurückkehren. Leute. Leute. Ich muss richtig Spammen hier. Das ist aber sehr, sehr nice, muss ich sagen. Wir haben keinen einzigen verloren jetzt in diesem Kampf. Danke. Vielen Dank. Nice. Oh Gott. Jetzt rennt er da rein, wo die anderen sind, die Insta-Kill machen. Oh Mann, hier sind überall Insta-Killer. Shit. Was ist, was ist, wenn ich mich hinter den Sätze? Nee, der haut trotzdem in die Richtung ab. Nee, lass mich entfrieden. Nein, Leute. Oh Gott. Das war ein großer Klump, ne? Ja, nice. Wir haben immer noch 18. Hey, das läuft besser als gedacht. Und die Hälfte haben wir schon. Und ich habe gedacht, die sind dann ziemlich schnell... Ich dachte, da wäre eine Truhe drin. Das ist aber nur ein Stein, ne? Ich dachte, die wären ziemlich schnell död. Beziehungsweise schon nach den ersten 1, 2 haben wir dann auch selber 1, 2 gefallene. Da ist wieder einer. Und if... Geht das? Das funktioniert sehr, sehr gut, wie ich finde. Jetzt haben wir zwei Schluck verloren, ist aber auch in Ordnung. Oh, der ist draufgegangen? Wieso ist der draufgegangen? Wegen dem Gift? Nice. Nehme ich gerne mit die Punkte. Oh, da haben wir sogar zwei schon von den großen. Jetzt haben wir fünf Stück. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Wo rennt denn noch so ein armer Pinguin rum? Oder Pingu... Bongo? Wie heißt die? Pingus. Pingus, Flamingus. So. Die Steine sind schon am Zittern. Ja, da oben kann ich halt schlecht hin. Das muss ich mir sparen. Lasst mich ja entfrihen. immer schon her und dann haben wir immer noch 16. Quest ist durch. Wir haben sechs Stück. Beziehungsweise der Teil der Quest. Was brauchen wir noch? Ganz, ganz viele Blätter und Baumrinde. Baumrinde brauchen wir nochmal. Das brauchen wir nochmal. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo hatte ich denn die Baumrinde? Die war auch beim Düngemittelmacher, ne? Und wenn das der Fall ist, würde ich einfach eine Baumrindestelle kurz aufbauen, die auch erstmal nicht weiter angeschlossen ist. Hier, du hattest, glaube ich, Baumrinde. Nee, hattest du nicht. Das sollte ich vielleicht machen hinten, dass ich da auch diese großen Teile schon reinschmeißen kann. Da kommt halt echt viel raus, sehe ich gerade. Wir gehen da nochmal Rinde. War das, nee, hier war das doch nicht. Doch, hier war das. Ein bisschen Baumrinde. Und die sind alle schon schwer beladen, weil die warten, dass da was kommt. ist halt alles abhängig voneinander, ne? Wenn du das eine zu wenig hast, ist das andere zu schnell voll. Und deswegen wird das auch darunter landen. 20 Messer, das war ja nichts. Achso, du hattest es hier. Ah, die hatte ich ja schon gemacht. Okay. Gut, 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 gut. Kann ich nochmal 80 mitnehmen? Da brauche ich noch 160 Blätter. Ich weiß halt noch nicht, wie ich Blätter anständig kriege. 160 da ist, müsste ja eigentlich schon eine automatische Produktion irgendwo laufen. Ich glaube aber auch nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Ich glaube aber auch nicht, ich habe mir überall nochmal reingeschaut. Okidoki. Ich glaube, Dankeschön, Dankeschön. So, da nochmal drei, da nochmal drei und da hinten nochmal drei. Das geht ja recht gut, würde ich sagen, tatsächlich. Ich dachte, das wäre ein bisschen langsamer, was wir jetzt raus hätten. Ich brauche nur nochmal neue. Zählen wir mal welche? Da vorne. Im besten Fall würde ich so einfach weiterlaufen. Nun gut. Ah, da geht's. Boah, das sieht gut aus hier. Das sieht sehr, sehr gut aus. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ja, das ganze Holz kann ich eigentlich rausschmeißen. So, wir haben jetzt 20, 40, 60, 80, 100. Jetzt sind nicht mehr viele. Nice. Das sind nicht mehr viele. Und hier sind nochmal ein paar, da sind nochmal ein paar. Oh, das sieht ja gut aus. Ich hoffe, die fangen keinen Amoklauf an. Oh, stopp. Stimmt, da kommen ja auch Blätter raus. Hab ich schon wieder vergessen. Sind das jetzt 16 Stück? Lass mal durchzählen. Ähm, nee. Ich geh mal davon aus. Ach, das sind hier die Seen jetzt. Okay. Ah genau, Chubby Sparks ist ja das, was wir jetzt priorisieren wollen. Das war die andere Quest, wo wir jetzt, ähm, Stumpy Spark. Brauchtet er auch wieder viele. 160 Blätter, nicht 120. Oh Gott. Ei, ei, ei. Weil es sind Blätter ausgestorben hier. Ja, Theorie, die kann ich das Holz einfach rausschmeißen, weil, wie gesagt, das sind nachwachsende Ressource, die wir gerade sowieso on mass haben. Die anderen Sachen müssen ja jetzt nachgezwungen werden, Stück für Stück. Du hattest noch Holz. Dann geh ich doch mal ganz kurz rüber zu den Fichten. Moment, wo bin ich? Ach so, doch. Ich bin auf dem Weg. Ah, da runter, genau. Bin ich mal gespannt, wie viel da rauskommt. Oh, da kamen einige raus, oder? Ach hier, die haben neu angefangen. Ja, perfekt, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Okay, die lohnt sich auf jeden Fall richtig für Blätter. Müssen wir uns auf jeden Fall merken. Da müssen wir dann rangehen. Und dann gehen wir das jetzt mal ab. Schließen wir eine Quest ab. Und, ähm, am besten Fall kriegen wir noch irgendwie die normalen Stumpy Sparks. Also noch mehr. Okay, machen wir es so. Ähm, hier kommt dann erst mal das hier rein. Das ist schon wieder ordentlich. Ihr kriegt da schon mal das. Und die großen Steine, das werde ich mal zwingsseitlich anwerfen. Das ist ja jetzt noch nicht so viel, dass sich das wirklich viel lohnt. Und hier, weiß ich nicht, ähm, Holz schmecke ich jetzt einfach mal raus. Dann müssen wir alles haben für die Quests, glaube ich. Also für den Teil hier. Für die Stumpy Sparks. Baumrinde, Blätter und, äh, genau. Haben wir alles. Dann gehen wir das mal schnell noch ab. Und zwar bei, ähm, ja. Das war nicht die Bürgermeisterin, ne? Ach, da unten am Marktplatz. Ach, bei ihm. Ja, 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 ja. Du wolltest Baumrinne, war das Baumrinne? Du wolltest Baumrinne. Ja. Webmaschine. Dadurch kriegen wir Seile. Genau das, was wir jetzt brauchen. Hier, dann nehme ich das hier wieder mit. Keine Blätter. Und das andere wollte der alte Mann, oder? Genau, der wollte da noch mal die ganze Ladung. Äh, hier hoch. Müsst du jetzt drinstehen? Ähm, genau. Ne. Äh, hier, genau. Da stehen sie drin. Brauchen wir halt Steine. Ich denke, das macht dann Sinn, mit dem Rocky Spark auf Steinsammlungen zu gehen. Guten Tag. Fangen wir mal, ob der Strauch unten immer noch so angeditscht ist. Da müssen wir den mal abreißen. Gut, ähm, dann haben wir jetzt den, genau, die Webmaschine. Ach, da brauchen wir drei Stück. Und diese Steinplatten. Das heißt, da müssen wir wieder mit einer anderen Quest hinterher. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich bei den Zuschauern auf YouTube. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Ja, und dann sehen wir zu, dass wir, äh, mal gucken. Was machen wir denn als nächstes? Ähm, Choppy Sparks sind auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, das werden wir auch mal gerade priorisieren. Genau. Die Choppy Sparks. Das ist das nächste Ding, was wir machen können. Und, ähm, dann schauen wir mal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.